Hallo liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und willkommen zu, zu was eigentlich, zu einem Vlog, nicht zu einem Game. Einige von euch werden es vielleicht gestern Abend mitbekommen haben, und zwar diejenigen, die den Stream von Sgt.Max gesehen haben. Mir ist abends, als wir Agario gezockt haben, ja, Agario Bars, die Internetverbindung abgebrochen. Und ich habe es gestern Abend auch nicht mehr geschafft, die wiederherzustellen. Ich habe ungefähr eine Stunde lang rumgefrickelt und habe es nicht mehr hinbekommen. Eigentlich war geplant, danach, nach dem Stream mit Sgt.Max noch ein paar Aufnahmen zu machen und für euch heute noch ein Game hochzuladen. Und zwar hatten wir vor, zu zocken Rocket League. Und daraus ist leider nichts geworden. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Viele von euch wissen, ich war lange krank, fange jetzt wieder an zu arbeiten, bin wieder in Vollzeit in der Arbeit und habe jetzt keine Zeit, noch eine Aufnahme zu machen. Deswegen nur eine kurze Info an euch. Leute, es kann passieren, dass sowas öfters mal vorkommt. Jetzt nicht, weil das Internet abkackt, sondern weil ich viel arbeite und mit YouTube jetzt kein Geld verdiene oder so. Deswegen bitte nicht böse sein. Kann mal vorkommen. Diesmal lag es am Internet. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Morgen kommt wieder GTA, übermorgen Rocket League. Das ist zumindest bisher der Plan. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Schreibt mir was Nettes in den Twitter. Bis dann. Schreibt mir was Nettes in ad placement.